servus und herzlich willkommen zu einer weiteren partie bei king of retail wir haben das letzte mal den laden hier im grunde fertig gemacht wir haben die tür umgesetzt und so weiter das wieder alles verordnungsgemäß funktioniert und von daher gehen wir jetzt direkt in die stadt und schauen zum nächsten shop das ist klar wir haben halt nur ein paar bekommen das ist auch in ordnung wir gehen zur stadt so krieg dich mal wieder ein das sind wir diese verschiebung so das war der hier in dem laden waren wir also 43.000 pro tag ist dann schon mal nicht schlecht das ist der laden den ich stillgelegt habe erst mal so und dann heißt es wir gehen in diesen shop hier haben auch schon minus 16 prozent also wir könnten hier auch wesentlich mehr machen im bau bei shirts laden also von daher einmal zack rein und dann bin ich gespannt ob da alles mit den türen hinhaut wir müssen natürlich auch gucken wegen regalen und so weiter da geht es ins lager okay das heißt ich schließe einmal die kasse und setzt die mal ein bisschen weiter vor so mitarbeiter 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 tür hat sich verschoben insofern stelle ich dann mal die regale kurzerhand dahinter so dass wir die dann eben da haben ist ja egal so ich hoffe henry kommt unerreichbares lager ich dachte es mir wieso unerreichbares lager hallo offen fürs geschäft ach komm das ist doch jetzt hat nicht dein ernst oder er konnte hier nicht reingehen ich brauche aber die lagerware lieferung ist da das ist ja wirklich mies oder weil er kommt auch hier rein also er kann auf jeden fall hier rein laufen der kam wahrscheinlich nicht hier um die ecke rum vermute ich jetzt mal schiet sag aber nicht dass es jetzt immer noch unerreichbar ist schaut dass du den arsch hier reinschwingst na also so also es funktioniert hier haben wir natürlich auch alles alles in grau in grau weiß grau wie auch immer so pack mal hin ok weiter ok weiter ok dann mache ich jetzt mal diese palette hier weil ich nämlich glaube dass hier naja zumindest ein paar handys sind da drin gut wie viel sind wir zum auspacken vier so marin macht da hinten wahrscheinlich computer und so was dann kann die nämlich auch gleich wieder raus sind sind die zu zweit auf jeden fall auf der ladenfläche und packen die regale voll somit ist hoffe ich dass aber die regale die gehen auch genau bis da drunter richtig ausgerechnet hat er das so ja wer ist schneller wer ist schneller so also entweder kam heute schon oder es wird bei der abend um 21 uhr ein neues angezockt kommen da geht es auch um handel und da bin ich mal gespannt wie euch das gefällt da bin ich schon sehr gespannt auf die kommentare vor allem vor allem geh mal auf die 1 wo pfeift da jemand da vorne nicht da hinten auch nicht ich habe doch nur drei kassen oder werden jetzt da gepfiffen ja ihr kommt da nicht rein das ist klar so dann schauen wir mal ob ich ein bisschen was nachfüllen kapp ist es jetzt dein ernst was schnappst hier hey have a minute excuse me das ist mir total egal ne hauptsache es läuft irgendwie oh danke das ist schön schlichtet rein schlichtet rein es ist auch noch einer von den läden die noch überhaupt nicht fertig sind noch nicht im geringsten fertig sind naja dankeschön schön wie du einräumst so ich gucke mal ob da vorne handys und so weiter drauf sind jawohl da können wir gleich noch reinladen jawohl passt also der laden läuft jetzt halt es ist halt echt schade mit diesen versetzten türen aber wir werden uns wirklich jeden laden separat vorknöpfen und da wieder rein machen und vor allem auch umsetzen und so weiter ihr winkt wegen der kasse ja ist in ordnung dann gehe ich halt mal da hinten an die kasse hin mache ich mal da auf so dann lassen wir das ganze einfach mal rennen so gut 12.20 ich vermute ich kann da nicht drauf gehen das ist das blöde ne ja gut ja gut aber hauptsache auch die mitarbeiter die sind noch weiterhin gut drauf wir haben insgesamt jetzt seit vier verkäufe gerade waren es noch sechs ja das sind welche in pause ok kasse haben zwei da ja und es kommen schon die nächsten also ich denke mal dass der laden bis um 20 uhr oder bis um 22 uhr offen ist und da sollte doch einiges gehen vor allem vor allem wir waren wieder mal da was ja auch immer noch den umsatz steigert zumindest halt umsatz steigert insofern dass wenn wir nicht mehr da sind dass die wir diesen 16 prozent oder sowas nicht haben gut jetzt lassen wir mal einfach rennen bis zum feierabend also ich weiß nicht was ich anders gemacht habe als jetzt die der laden als ich nicht da war aber schaut euch die regale an die sind einfach komplett leer ich habe auch noch jemanden da der auffüllt aber es ist wahnsinn also das sind wirklich viele regale leer einfach leer das ist schon nicht schlecht ja komm noch her ok gut dann können wir die kasse schon mal zu machen ich schaue mal ganz kurz ins lager also es sind auch im grunde nur 355 artikel drin was mich jetzt eigentlich schon dahingehend gut stimmt dass ich mir sag da ist nicht schlecht verkauft worden aber es sind auf jeden fall zu wenig auffüller da also da müsste noch ein bisschen mehr gehen so genau verschwind mal ins büro ja schließen bitte so wir gucken uns mal um wir haben keine werbung mehr laufen dann schauen wir mal ganz kurz in die e-mails wahrscheinlich um die 60 mails schätze ich jetzt mal auch nicht normal 39 höhere löhne zwei kranke einmal löschen so bestellungen wir machen einmal mindestlag das sind 905 artikel da ist ja auch nicht wenig so also mitarbeiter kommen jetzt zuerst dran der anton hat einen punkt oder sogar zwei dann wer noch hallo noch jemand der christian hat vier punkte ja super und einen braucht er nur noch so die luise die macht anscheinend einen ganz guten job ja die bräuchte noch hier in der kasse ein bisschen skillung aber ist schon ok so wir gehen jetzt auch die einzelnen positionen durch das ist nicht schön ok da das 2 das heißt 3 spät wo bist du normalerweise du bist in der früh du bist hier am vorabend und du bist auch am vorabend ist genau das was ich gemeint habe es heißt eine frei einer ist krank und schon hast du hier auf der frühen spätschicht nur noch einen einzigen das ist heftig ok wir haben insgesamt drei kassen oder vier wir haben hier vorne 1 2 3 wir haben drei kassen insgesamt ok dementsprechend sollten wir die leute auch einteilen deswegen muss ich das jetzt einfach machen ok das passt montag das passt dienstag du kommst jetzt da mit rein du bekommst den mittwoch so dann haben wir hier den donnerstag hier haben wir den freitag aber du musst in der schicht hier sein dann ich losse ich jetzt quasi um so dann 1 2 3 wäre das dann das ist ja auch blöd genau da den freien tag ich könnte das aber einfach mal verschieben hier dann mache ich dich samstag rein aber aber genau früher also du bist dann auch früher mit drin dann haben wir jeweils drei an der kasse steckt halt nicht drin wenn dann einer frei hat und einer ist krank ist halt scheiße wenn man es so mag so du kommst 14 bis 18 gut und du hast jetzt am samstag frei dann tausche ich euch zwei in so 14 bis 18 dann haben wir hier nochmal 14 bis 18 dann bleibst du am montag frei so und das heißt wir haben jetzt drei leute auch da so irgendwie hat es auch die komplett zerschossen irgendwie von der reihenfolge her so und die letzten drei sind natürlich auch die letzten in der spätschicht muss ich noch mal gucken nach dienstag mittwoch mittwoch donnerstag so und du hast freitag frei so also von daher hast du die Arschkarte jetzt gezogen weil ich dir nämlich deinen freien Tag hier wegnehme na gut wirst schon klarkommen ne so wiederbefüller jawohl so gefällt mir das 4 dann haben wir hier nochmal jemanden der mit einräumt du hast einen freien Tag hast du dir verdient da haben wir jemanden der einräumt und dann haben wir nochmal zwei in der Spätschicht die auch noch mit einräumen gut da müssten auf jeden Fall mehr Auffüller rein da Verkauf Verkauf jawohl passt hier in der Zeit ich sag jetzt mal 10 bis 16 ja ist auf jeden Fall gut gefüllt Marketing passt es passt gut so Mindestlager habe ich bestellt habe ich das wirklich bestellt ich gucke lieber immer nochmal nach das ist Mindestlager jawohl passt so halt du wolltest ja am Computer gucken wegen dem Volk so Stadtanalyse wir haben hier Arbeiter wir haben Hipster genau Arbeiter und Hipster ich mache jetzt mal nur eine Werbung für die Arbeiter und für die Hipster ganz egal in A4 so Arbeiter und Hipster dann machen wir halt Artikel ja wir machen Oberteile ist ja da wir machen Hosen und wir machen hier haben wir ja Rechner gehabt Mobilgeräte auf jeden Fall und Schuhe habe ich auch gesehen also machen wir es halt einfach mal so das ganze 2 Tage sind 1100 kaufen weg so dann gucken wir nochmal ganz kurz hier drauf wir haben 7,8 44.000 gehen in den Konzernen also da kann man echt nichts sagen nach allen Ausgaben 164.000 kann sich das schon sehen lassen erwartet das Geld mit 171.000 leck mich an so der nächste Laden steht an der Reihe Konzern gibt ja 92.000 Rutschen da rein ins Unternehmen dann haben wir ja satt was am Geld ja Bobetrucks ist es schön 7, über 7 Mille jetzt hat heavy echt heavy ok so also wir waren jetzt hier und jetzt geht es da rein 8.000 Baubermarket wir haben ja auch schon minus 15% es macht natürlich vieles aus gucken wir mal Baubermarket was geht hier ab ja dass für Kunden mindestens eine Kasse geöffnet ist ist ok so da kommt er auch schon also unser Regal ist natürlich nicht zugänglich das ist ja mal bescheiden das ist jetzt auch gerade mal egal wo ich sie hinstelle so ja die Paletten sind zugänglich aber ich weiß nicht ob er hier reinkommt so reinkommen tust du ob du wieder rauskommst ich weiß es nicht keine Ahnung das ist ja ein so ein großer Mist ganz ehrlich kommst du raus ja er kommt raus ja er kommt raus so ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu reinschreiben das mit den Regalen ähm deshalb möchte ich jetzt eigentlich nicht vier Mitarbeiter sind heute krank ja alter heftig jetzt habe ich mir gerade das Obst und Zeugs hier raus gesucht ne warte mal hier haben wir auch ok hier haben wir auch Computer und Mäuse wir sind zu zweit ne fünf Leute sind es nicht also gut ich lasse jetzt mal schnell laufen dass wir da kurz auspacken so und die keine Ahnung wie sie heißt wie heißt sie äh die Mara die verschwindet dann auch gleich wieder und kann Zeug ins Regal räumen so wir haben tatsächlich äh hatten tatsächlich jetzt während ich ausgepackt habe nur eine einzige Verkäuferin da Alter das ist schon hart so jetzt gucke ich mal ob ich das wieder irgendwie so zurück bekomme wie es war aber ich vermute nein so von daher tue ich mir das gar nicht an ähm wir machen ja wir machen einfach jedes Regal hier im Anschluss so zack du kannst es eigentlich auch gleich füllen und dödeln ne wenn du da dran stehst da ist anscheinend das noch nicht so zack und das lassen wir einfach da hinten dran stehen und fertig so Mitarbeiter ok die kommen die kommen in ihren Pausenraum rein das ist gut jawohl passt ich würde sagen dass ich dich mal ein klein wenig bewege und auch dich ein klein wenig bewege und auch dich ein klein wenig bewege dass das ganze ein bisschen wäscher läuft da ist wohl jemand sauer hm so füllen wir mal mit auf jetzt haben wir aber sechs Leute insgesamt da die auffüllen können also das ist auch schon mal nicht schlecht ähm zum glück sind die zumindest die Standardschilder sind halt jetzt da geblieben das ist schon mal ganz gut oh man ihr rammelt mich hier fest ey das ist irre so dann schauen wir mal was wir hier alles reinfüllen können du willst jetzt aber nicht fragen wie du eine Ananas schälst oder hey ehrlich ehrlich sind Fruchtzucker Gehaltwissen oder was und was nimmst du dir ne Ananas tatsächlich ne Ananas hey ein bisschen Hilfe du kannst dir den Strunk ja sonst wo hinschieben wenn du magst gut die schauen aber schon sehr angedetscht aus das sollte ich mal reklamieren beim Lieferanten du 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 ja ihr seht schon ja es gibt echt enorm viel zu tun gerade vor allem weil halt alle Farben weg sind und es sind halt nur noch so die Standardschilder sind da äh hier ja das ist schon traurig die Computer müssen noch aufgefüllt werden Leute gerade der der Hauptumsatzbringer die Mäuse ich meine Mäuse die kosten jetzt nicht allzu viel aber das macht einfach wieder die Menge aus ne das ist schon ok ein bisschen aufgefüllt Dankeschön nein lass mich so dann holen die da rein jetzt mal gucken dass wir da noch was rein kriegen so da geht nichts mehr rein zumindest ein paar Schilder stehen noch da ne hey have a minute so also hier ist jemand an der Kasse ihr schreit schon wieder nach der Kasse da ist jemand an der Kasse da drüben ist niemand an der Kasse also stelle ich mich jetzt da mal mit her aufmachen bitte und lass uns das ganze gleich wieder laufen jawohl so gefällt mir das genau so muss es sein also außer es passiert wieder so etwas dass ich zwar da stehe aber es tut sich nichts ich bin angemeldet die stellen sich an die Kasse aber es geht nichts voran warum nicht ich weiß es nicht so dann machen wir einfach die Kasse jetzt mal zu wir gehen weg ja dann verschwinde doch mal also das ist ein ekelhafter Bug muss ich sagen mit der Kasse ich probiere jetzt nochmal wenn ich sie wieder aufmache ohhhh ich hätte doch wohl irgendwen kassieren können jetzt hier jetzt hat endlich keine Ahnung was da jetzt der Fehler war ich weiß es echt nicht und schon wieder und schon wieder hängt es ja ich kann nichts dafür Wahnsinn ich hoffe es läuft zumindest bei den anderen Kassen klar ich habe keine Ahnung warum und was und wie hm und jetzt läuft es wieder sobald hier irgendwo so ein Menschenstau irgendwie ist läuft es nicht mehr ja vielleicht sind es auch zu viele ich weiß es nicht ja ich habe alle die Corona Frisur ne kalke Schere ja was denn ja ich stehe ich habe nichts gemacht das ist echt übel ja okay ich mache die Kasse zu das bringt es nicht dann haut ihr eben auch noch ab ich gehe bloß weg dass ich es nicht hören muss euer so dann räumen wir hier mal noch ein paar Shirts ein wenn das schon keiner macht außer mir so schon wieder dieses dieses Geräusch mag ich halt überhaupt nicht ne dieses genervte ich bin heute aber auch genervt von der Arbeit der der Laden wieder offen für die Öffentlichkeit und ich weiß jetzt schon was ich vermissen werde so Leute lasst mich aufhören dass ihr auch was kaufen könnt bitte oh die sind aber schnell weg gewesen hier hey 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 wirklich da sind komischerweise die schilder noch da die ich gemacht habe diese noch gut ich schau mal was ich da noch so rein bekommen die regale damit gleich zu da haben wir noch echt viel zeug da wir haben bloß zu wenig personal die das dann auch einfüllen dementsprechend ich gehe auch da noch herum wie gesagt wir machen jetzt gleich dazu da habe ich noch was gehabt ach das sind die produkte die die im grunde dann wieder haben zurückgehen lassen weil sie ja nicht kassiert wurden so ein ein list ehrlich ich denke mal dass der laden besser läuft in dem moment wo ich dann ja nicht mehr da bin ein tablet ist da zumindest 1 raus verkauft worden hier könntet ihr mal steht jetzt alle vor dem regal ja also damals noch jeden fall dann immer wieder da sind wesentlich mehr einräume ran so ich möchte irgendwie die regale hier nicht weg stellen ihr seht ja das steht voll im schaufenster drin aber ich will das nicht weg tun das gefällt mir gerade so wie ich es hingestellt habe aber es wird alles noch kommen auf jeden fall so warte mal wir könnten dazu zumindest einen artikel oder sowas platzieren ich mache da mein lieblings computer hin feierabend geschlossen das passt schon so kassiert doch mal ihr bitte die letzten kunden noch gar ab wenn sie sich abkassieren lassen aber anscheinend funktioniert das besser mit den angestellten als mit mir ein echte video könnt mir gerne mal reinschreiben ob ihr das auch so extrem schon hatte also lage ist zugänglich mitarbeiter raum ist zugänglich dann haben wir das dann passt das schon so fortsetzen schließen so wir gucken mal ganz kurz hier auf die werbung jawohl da haben wir noch eine laufen tag dann haben wir hier alles die tür war ja dahinten ja aber dann müssen wir sowieso also wir können auf jeden fall alle läden echt gut ausbauen nochmal gut gut ausbauen so wir gehen jetzt erstmal nach dahinten gucken mal was wir ob wir jemanden pimpen können bei dir ist es schon mal nicht schlecht ne du bist immerhin der marktleiter ok ansonsten niemand dann schauen wir hier nochmal durch 2 2 2 ok das heißt 4 hier 1 2 da 3 4 da du wärst eigentlich der dritte hier im bunde ja um 2 in der früh das passt schon ok auspacker jawohl 5 das ist hervorragend wir haben hier jemanden der bei der pausenschicht kommt und jawohl passt also klar es müssen definitiv mehr einräumerei gerade bei so einem großen laden so wir haben verkäufe insgesamt 6 7 jawohl passt passt und marketing passt eigentlich sowieso immer so wir gehen an den computer wir haben 49 mails mit verkauf von lafescher neighbor fehlender kurs fehlender kurs aber keiner krank ja gut das wäre mir jetzt auch aufgefallen so wir bieten rabatte auf 4 artikel für insgesamt 2 tage dann schauen wir mal lafescher neighbor bestellungen mindestlager hinzufügen wir haben ok nichts drin was von lafescher neighbor ist anscheinend also jetzt hätten wir da einen rabatt angezeigt so dann schauen wir mal bei der kleidhosen nein schuhe ne und die kaufe ich nicht das sind wieder solche ladenhüter das lass ich das lass ich vor allem ich kann es eh nicht einrichten also dann würde ich das kaufen und im grunde bloß das lager voll machen so schauen wir mal hier noch her 98.000 es gehen um die ca 21.000 in den konzern wir schauen mal noch ganz kurz hier bei den bewerbungen oben gucken wir mal was wir da noch mit drin haben ja der will wahrscheinlich wieder sehr viel geld wer ist ein kandidat zum auspacken wer ist ein kandidat zum auspacken ein paar oder mehr und ich sage ja oder wie ok kann ich leben alles klar dann ist der can gaier für das lager zuständig so schauen wir mal can gaier die packe ich in die wiederbeschaffung aber der macht nur Spätschicht so so die gebe ich jetzt warte mal da gehen wir mal da rein ok ja dann schiebe ich mit in die Spätschicht sie hat nun Mittwoch Mittwoch und Montag das heißt ihn mache ich dann am Dienstag einen freien Tag aber ich schiebe ihn auf jeden Fall hier mit in die letzten 5 Stunden so mit natürlich in der Pause drin oder machen wir lieber 6 Stunden weil es ist doch noch so wie es ausschaut eigentlich ist immer was noch aufzufüllen ist also passt das so ja den freien Tag lasse ich dir das passt schon so noch mal rein also wenn ich jetzt noch mal einen finde dann wäre es gut dann lasse ich es wiederbeschaffung nicht ähm boah bist du ein guter oh ja der hat einen Bonus bei Kunden das ist natürlich nicht verkehrt ne wie viel willst du ja noch ein bisschen mehr ok ja sicher das ist gut also der Peter Friedl den stellen wir mit an Peter Friedl so die muss ich nur switchen natürlich auf den Verkauf tschakalak so und äh die Spätschicht im Grunde kann immer noch jemanden brauchen also ich mach dich jetzt mal da die 5 Stunden rein und ich geb dir jetzt einfach mal den Freitag frei so wird jetzt auch gar nicht so groß äh so Peter Friedl der ist dann so ein bisschen im Übergang ja das passt gut ansonsten mach ich jetzt hier nichts mehr und weiter geht es dann in den nächsten Part wenn wir uns dann die nächsten Shops noch anschauen also es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun ihr habt es gesehen also das ist Katastroph wenn plötzlich die Regale vor den Türen stehen und der Lieferant kann nicht rein und du musst nochmal hier ein Tausender hinlegen oder noch mehr dass die Lieferung nochmal kommt naja blöd aber ist egal Geld müssen wir uns echt keine Sorgen machen jetzt aktuell ok lasst ein Like da lasst Kommentare da und dann täts mich echt freuen wenn ihr beim nächsten Mal auch mit dabei seid insofern schönen Tag schönen Abend schönes Wochenende oder was auch immer Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal